So, geht los. Schon alles ganz schön unsicher. Ist so fies, Knutsch haltet mich immer stumm. Umarmung, Berührung. Ist komisch, wie einem das so abhanden kommt. Warum bin ich ich und nicht du? Fürchtest du dich vor dem Älterwerden? Die einen trennen sich, die anderen finden sich. Aber Familie ist immer da. Also, fast immer.